W väau Die Einstellungen tut sich für jede runde speichern Jetzt sag mal ruhig, ich will story hören Du wuuuuh Mensch Bleiser, oh mir wird jetzt schon schlecht Nein bitte mach leiser Mie 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 Okay warte Oh, es ist wirklich nicht gespeichert Und ich dachte, ich wäre verrückt. Oh, was? Okay. Das passt. Oh, fuck, fuck, warte auf mich. Okay, letzte Woche. Du, dein. Ja! Wow, was, was, was? Willkommen zurück. Das ist ein Mafia-Marx. Hui! Spring! Nein, hat sie nicht. Warte. Ich muss mich einwärmen. Ich muss mich einwärmen. Die Strecke verändert sich aber nicht bei Exterminator. Die bleibt gleich. Ich wärme mich auf. Ich wärme mich auf. Die Gegner schupfen mich. Die Gegner schupfen mich. Ja, das sagen sie alle. Und dann werden sie von den Gegnern geschubst. Alter, ich dachte, das wäre eine fucking Klippe. Äh, Klippe. Kluppe. Entschuldigung. Ich hasse das Level jetzt schon, ganz ehrlich. Ich hasse das. Schieß, Samu! Wow, was? Was? Was hat der für Damage gemacht? What? Der hat uns was gewonnen. Wo ist er? Nein! Raus! Raus, Samu! Nein! 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 Holy shit! Was war das? Was war das? Nein, ich bin down. Nein! 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 Was war das? Wie viel Damage ma... Wow, bin ich übersteuert. Was war das? Ich glaub... Wir sollten vielleicht mal ein bisschen mehr mit Snipen probieren aus der Entfernung. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Fangen wir einfach nochmal an. Hallo Leute, willkommen... Wir machen so die professionellen YouTuber. Das ist unser erster Versuch. Clank, halte Schnauze. Was hat er gesagt? Das, falls wir uns überfordern, fühlen den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Das meinst du mit Snipern? Stehen, bleiben und schießen. Okay. Okay. Danke. Danke. Möchtest du wissen, was in der Spezialsoße ist? Gerne. Wow, wow, wow. Soll ich ganz kurz mega verwirrt? Ich hab schon alle Folgen geschnitten. Apropos. Was wir aufgenommen haben. Und weiter geht's zum nächsten. Ich sterben. Weißt du, was lustiger ist, als wegzuschneiden, wo man vermasselt hat? Vermasseltorft hat. Als einfach den Dialog, wo man sagt, dass man's wegschneiden sollte, drinnen lässt. Wow, wie ist die gestorben. Ich verstehe gerade so gut wie gar kein Wort, das du sagst. Stell mich lauter! Irgendwie ist das gerade voll laut bei mir. Jemand wird aussteigen müssen. Ja, da... Dann stell mich lauter, wenn jemand aussteigen muss. Was, was? Ach komm, schon wegen Kleinen! Oh, Schiff. Hinter uns, hinter uns. Um! Nur noch ein Knoten, wo ich... Schiff. Weg! Weg! Äh, wohin, wohin, wohin? Mafia. Is this how it works? Ich mag dieses Geschütz nicht, es schießt so langsam. So lange wir hier oben sind, sind wir unstörlich. Äh, fast. Außer es gibt kleine Viecher, die uns... Annagern. Okay, äh, Abkürzung oder... Nee, wir nehmen den hübschen, langen Weg. Los! Ja, bitte stirb nur nicht. Ich muss kotzen. Ich hasse dieses Level. Immer noch. Spaß! Yeah! Lenk ihn ab, lenk ihn ab! Diesmal nicht, motherfucker! 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 Fucker! Oh, ein Schiff! Motherfucker! 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 Wo bist du? Eh, brauche ich... Ich, 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 stell kurz Parsegleiser. Ich war dabei. Ich heile uns mal auf. Wui! Ah, ja, wenn ihr euch fragt, wie wir gerade das zocken und so, Parsegutzer, deswegen. Ich glaube, es hat erwähnt, eher schon seit folgend. Äh, äh... Irgendwas sagt mir, du brauchst Hilfe, oder? Nein! Nein! Oh, jetzt, jetzt verstehe ich mindestens was. Nein! Ich krieg keinen Ohrenschmerz hier. Ja, Bossfeind! Abgelehnt. Knapp. Bossfeind, bin ich der Hacker oder bist du der Hacker? Einer muss kämpfen, anderer hackt. Ich dachte, wir schilden uns gegenseitig. Nein, das bringt nichts, weil hier kommt die ganze Zeit Gegner. Durch. Durch und durch und immer mehr. Ja, nein, nein, entgegen. Ja, fuck, ich will. Flinter, macht Hector. So, fast. Bist du schon Level 3 mit der Flinter? Okay, ich rushe einfach B, okay? Ja, ja. Rush B or not B. This is the quest. Warte, ich muss wieder Zeigefinger auf, äh, Kreistasse. Ja. Wie groß ist die fucking Range von dem Hacker? Also, ich kann von hier bis zu dir nach, nach Österreich rüber hacken mit dem Shit. Ja, so würde Hacken eigentlich auch funktionieren, Demian, aber okay. Hundertprozentig. Ja? So, nein. Die, die beachten mich gerade überhaupt nicht. Ah, was, gar nicht? Jetzt ein Gegner, der mich überfordert. So, ah, 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 ah. Nicht überfordert werden. Wir flerstrahlen. Nase juckt, Nase juckt, Nase juckt. Ah, alles juckt. Alles rettet, rendet, juckt. Okay. Ein, auf den da dann, ah, wenn ich nicht runterspringe. Ah, ja, ich hab ein Deathcounter gemacht, weil du mich ständig fragst. Das hab ich zu jedem Kill schreibe ich hin, wir auch wieder gestorben sind. Ich weiß, das ist ja nur Ernst gemeint. Ach, du alter Sack, Alter, du machst mir so viel fucking Arbeit. Okay, was fein, was fein. Der ist mega... Ahaha! Wuh! Ich bin down! Down! Samo, überliebe! Spring um dein Ding! Nein! Nochmal alles! Nein! Noch mehr Spaß! Na gut, ich spame das hier ganz kurz voll. Äh, nicht richtig. Holy shit! Wieso bin ich jetzt leiser geworden? Auch egal. Sag ich los, aber warum bist du leiser geworden? Wuh! 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 Ich bin irgendwie random leiser, random lauter. Meistens du, du machst mir so viel scheiß Arbeit mit dem scheiß Störgeräusch im Hintergrund. Ja, mach ich selber jetzt. Du, warum kriegst du das Störgeräusch nicht raus? Hab ich! Nur nicht, wenn du ein fucking Geräusch machst, das übersteuert wie weiß nicht was. Weil's dann denkt, ja... Du willst doch schreien. Sagst du! Ah! Ich werde weiterhacken, wenn es das letzte ist, was ich in dieser Runde mache. Okay, um... 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 alle... das geht man die abends geht es geht die kippen danke denn die hilfe die kleinen machen wir haben mehr probleme ist sehr deswegen das schock gut hatte ich so was du nicht gesagt ist ein schock auf habe ich schon gewartet hatte das letzte hatte das besser die dä Wir holen wir erstmal Shit bevor wir... Wir holen wir Muni und alles bevor wir jetzt die letzte Runde starten. In der Schule machen wir gerade die Carmina Burana. Also da wo es auf Fortuna drin ist im Service. W-w-w-was? Wie geht's? Ooooooooo, Fortuna! Pluff, pluff. BELA! Bring'n dich um, Sam. Bring'n dich um... Mit zwei Leben! Was willst'n mit zwei Leben machen? Bring'n dich um, ich warte. Ich schau'n nicht hin. Ich verdeck' mal ne Hand vor deinen, Twitter. Ist nichts passiert. Zählt nicht. Ja, ich mach' auch ne kleine... Ich mach auch ne kleine Hand über die Zahl, warte. Ich bring'n dich um. Ich mach so ne... ne kleine Hand vor die Zahlen. So, jetzt kann's los. Wenn ich das Richtige auswäh- wenn ich das Richtige auswählen will. So. Jetzt fängt's an. Bist du bereit zu sterben? Bist du bereit? So. Auf den Großen. Gibt es ne? Gibt es natürlich nicht. Mit den Bots ist das so einfachste Bosskampf ever. Weil man hat bis zu diesem Punkt schon die komische Ult-Ding da, was mit den Spike-Granaten... Hier schon. ...die durch den ganzen Bildschirm, denke. Äh, spiked. Die hat man bis dahin schon. Und dann... Wenn man die einmal schießt ein paar Mal... Ah! Wie unfair! Wie unfair ist er! Wie unfair! Achtung Samo! Unfairer Laser! Überlebe! Drei Sekunden! Drei Sekunden! Gut! Ich bin tot! Überlebe! Überlebe! Ja! Ich hab ihn! Ja! Wir haben's geschafft! First Try! Chronos! Oh, weißt du was es hier gibt? 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 Das Sumpfieber. Nein! Da ist schon wieder ein Hoverball. Ja! Los geht! Hey! Wir verlieren immer zwei Sekunden durch... ...durch die Startanimation. Ich find das so unfair. Nichts Sachen abschießen! Der ganze Monitor wackelt und ich kann danach nicht... Ich habe auch nicht vor die Schusstaste zu betätigen. Ich fahr einfach dir nur hinterher. Das Sumpf! Jetzt time for PvP, bitch! Haha! Da war's! Da, da da hat's noch gedacht, da da, da da war was. Wow! Wow! Wo bin ich hingesprungen? Fortunero ta-da-da-da-da-da-da-pa-pa-pa-pa-pa-da-da-da-da-da-da-da-da! Warum gibt es diesen Entfernungs-Counter bitte in so einem Modus? Damit einer nicht die ganzen Shit macht während der andere nur rumsteht. Ja, ich mach so oder so nichts. Ja, hier, aber das nur, weil ich der beste Spieler bin. Das nächste Mal lass ich dich voraus. Ja, nein. Hab Spaß damit, du magst diesen Modus, ja. Ich verabscheue ihn. Und das war's. Viel zu einfaches. Ich habe gewonnen mit null Kills. Zum Fieber, los geht's. Du musst so viel umbringen wie möglich. Du heißt, weil ich sowieso kein... Ich mach nicht genug Damage, dass es was bringt. Ja, wo? Ja. Nicht nur zwei. Vier. Vier sind immer genug. Genau, nicht vier. Genau, vier und ich schieße ein wenig. So. Den da mit ein bisschen... Ja, hinter uns, genau hinter uns. Hi. Schaffen wir, schaffen wir. Fuck. Wie hieß nochmal der Disco-Typ von den Simpsons? Wer von Simpsons? Der, äh, Disco-Typ. Ja. Ich hab so einen Lachflash gehabt bei einem Edit. Bei dem einen Tippen der Tanz. Und du so, ja das ist der Disco-Typ. Ach egal. Ähm. Ah. So. Boah, halt was haben die für Range? Schöne Lachflash. Einmal Slipp, man. Ich hab ihn nicht in Range, kenn ihn heran. Sie�만? Ja, nur bei ihm. Na, wir sollten ein bisschen schneller sein. Wir sollten ein bisschen schneller sein. Aber, 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 aber. Ach, schaffen wir Locker? Easy. sie so irgendwann haben wir es geht wenn es noch einer der roten der August der Hölle aber jetzt darf ich kein ich gebe dir die Erlaubnis sich zu beeilen Dankeschön das schafft nicht das ist das 3 da vorne sind sie nein wie traurig das tut weh ah Epilepsy ok los 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 links hey what the fuck hoch ist er hat er braucht mehr als einen Schuss Heidelberg bei uns hier go 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 oh hi well hello dear weiter go 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 Leute in der Klasse, falls ihr das anguckt. Ich gehe nächste Woche statt Schule zu einer Demo in Rom. Das wird cool. Du bist so leise, Demian rät lauter. Du bist leise, rät lauter, ich höre dich gar nicht. Das liegt eher daran, dass du die ganze Zeit die Schusstaste durchdrückst. Soll ich es nicht drücken? Und dann sterben wir, weil ich es nicht gedrückt habe. Eben. Also, ich kann schauen, gleich das Mikrofon zu fressen. Alter, ich habe den gerade voll nicht in Range. Sie haben Melee? Sie haben Melee? Die haben eine Melee-Attacke? Seitdem haben sie eine Melee-Attacke? Die haben mich gerade getreten. Die haben mich geheatet. Drinnen, schau drinnen. Komm, ne ganze Lage. Alter, gehen wir gerade nicht, ich treffe ihn sonst nicht. Okay. Jetzt, kannst weiter. Eine Aufladung reicht komplett pro Tier. Also eine Aufladung tötet's mir komplett. Ja, einen. Ja. Heil dich. Heil dich. Ja, ich tue hier schon, was ich kann. Weiter. Vier. 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 Nein. Nein. Warte mal. Wait. Ich schau irgendwie ganz kurz, das Mikrofon zu fixen. Ich kann kurz warten. Ich mach ganz kurz einen aus dem hier. Jetzt müsstest du mich besser hören, oder? Ja, ja, klar. Okay, gut, weiter. Aber die Schussdings lauter sind halt richtig laut. Nein, 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 das, das, das stellst du dir nur vor. Das bildest du dir nur ein. Ich guck gerade rüber auf OBS und das ist einfach rot durchgehend. Wegen der Schuss. Wann ich aufhör? Okay, nee, das ist immer noch laut. Na gut. Das beruhigt. Ja, das kann man ja dann einstellen. Ja. Besser ein bisschen zu laut. Du nicht so, als würdest du die Audioeinstellungen machen. Ja, meiner. Für mich selbst werde ich sie machen müssen. Hoffe ich. Also ich hoffe, dass du es schaffst. Also schnell schaffst, weil ich hätte gerne das Bronco. Ja, dafür brauche ich fünf Minuten. Fünf Minuten zu viel. Ich möchte in vier Minuten starten mit dem Editing tun. Alter. GBDD and the Sand Sharks. Komm, gib mehr Gas. Wir müssen schneller sein. Mir fallen gerade Insider ein von Ratchet & Clank 1. Let's play. GBDD and the Sand Sharks. Folge 3. The fuck. Ja, die Band, die ich gründen will. Das Lustige ist ja, dass es hier schon Jimmy and the Sand Sharks gibt, was ich danach erfahren habe. Hi! Holy shit! Ist das creepy. Wir haben zwei Köpfe dahinten. Nee, ich darf nicht mit dir gehen. Geh auf einen anderen. Okay, oder auf den. Wir müssen uns, äh, Arbeitsteilung und so. Die, eine gerechte Arbeitsteilung. Ja. Weiter, nicht den drin. Einfach weiter, weiter. Hier ist ein viel mehr. Samo. Ja, 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 ja. Ich, I do my best, nur. Das ist nicht so leicht, weil... Ich erkenne die roten Marker fast nie. Die ganzen Lasers. I'm a fire in my laser. Komm schon. Da sind sie alle. Da sind alle Samo, die uns fehlen. Alle. Nein. Okay, 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 wir müssen uns.